Hallo liebe Kinder und ich heiße euch herzlich willkommen zu Free Content. Hallo. Hallo, hallo, es ist Samy Dars, Emnion. Join Pool. Ich bin bereit nochmal beleidigt zu werden. Sowas von bereit. Sowas von bereit, meine ultimative Form. Sowas von bereit. Sowas von bereit. Was geht ab Leute? Er hat zurückgezogen, hat Schwanz angezogen. Was geht ab Leute? Gurke ist wieder mal trocken am Start. Und heute, meine lieben Freunde, haben wir wieder was ganz besonderes. Und zwar Dueling Book Grinding, Mann. Ich hab's mir übrigens gerade auf dem Klo ausgerechnet. Ich muss noch genau 38 Duelle gewinnen. Ja, Mann. Second Game mit Spellbook. Strike ist perfekt, um Bot zu brechen. Es ist fuck nasty. Ah, ich spiel Cosmo. Ja, okay, das könntest du tatsächlich noch gewinnen. Hey, Stand by Face. Uhu. Du musst halt irgendwie nur an Joggen kommen und hast gewonnen, ne? Oh, will ich jetzt schon ziehen? Ja. Nein. Auf. Das ist kein Joggen. Yeah. Yeah. Jetzt, Berde. Set. Check. Check. Die setze ich auch nochmal als Bluff. Warum hast du sie nicht einfach equipped? Cosmo ist aber kein gutes Deck. Doch. Nur gute Decks sind gut. Wenn das so mit Fate verwandt, dann können sie sich auch nicht floaten, ne? Wir sind keine schlechten Karten wie Ashblossen. Er spielt 43 Karten Spellbook. Oh, er spielt Landwalker, schon mal unsympathisch. Landwalker ist einfach objektiv richtig. Er ist einfach literally schlechterer den Gearsu. Er schützt Karten vor Kampf- und Karten-Effekt, indem er eine andere Cosmo-Karte zerstört. Fuck man, er hat Cosmo-Town. Cosmo an sich ist doch schon schlechter am Eifach als alles andere, also. Machst aber keinen Unterschied, ob du eine schlechteren Diengearsu hast oder nicht. Ist doch klar, dass er schlechter ist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er ja neu, aber schau dir mal sein Rating an. Du bist hier der Neue. Oh, jetzt kann er Karten ziehen. Ist das nicht wohl? Will ich den Tinkern zurücklegen? Ich glaube, er hat eine zweite. Oh, den willst du striken, oder? Yep. Absolut. Wenn er jetzt gleich damit angreift. Dann wird er sein grünet Wunder erleben. Oh, hat er Angst? Ich fände das trotzdem. Vielleicht hat er ja eine Spiegelkraft. Vielleicht will er nicht an. Tu Bataan auf der Deck. Duro. GG. Nein, man muss 10 Sekunden warten. Man muss 15 Sekunden warten. Duro. Wen will ich haben? Nach der Jogern hast du gewonnen. Jendl hat mehr ATK. Du willst mit Predator Plans Calamitys machen? Äh, ja. Er schreibt, er schreibt, er schreibt, er schreibt. Turret Land. Was? Designtechnisch. Hund ist da. Hund. Erzähl mir von deinen Sorgen. Jetzt läuft er wieder weg. Willst du nicht eigentlich seine Recycle Spell recyceln? Was davon? Nee. Oh man, was für Dwarfs. Zwei Karten, die ich schon aktiviert habe. Junge, der Damage. Halter, übertreibt man nicht. Hätte ich nie bei Gehren, wenn man tatsächlich Hidden Village. Yes. Stand by Face. End of battle face. End of main face. On attack declaration. Activate mirror force. Ja, wenn du Cosmo spielst, bleibt aber nichts anderes übrig. Oh, ich habe gewonnen. Oh, ich habe gewonnen.